In Kirchheim unter Tech bei Stuttgart hat ein Mann seine 58 Jahre alte Ehefrau vor einem Bio-Supermarkt erschossen. Anschließend tötete der 59-Jährige sich selbst in seinem Auto auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Das Motiv des Täters ist noch unklar. Laut Polizei bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Untertitelung des ZDF, 2020